willkommen wieder zurück auf meinem kanal wilder toaster oder wilder kaiser heute spielen wird cornfield road ein spiel von auf ich sehe schon das spiel hat ob option also option und credit das gut das ist ein zeichen dass sein guter spiel ist aber ja ich werde eigentlich jetzt einfach starten jetzt einfach es wird fahren oh wow well as fun as it could be at least i got to go out and enjoy it tonight after all one night out couldn't hurt anybody right life will only take too much of my time i just look took a little break now everything goes back to my normal and i just have to get get back home safe and it will be fine nope car engine noise what is happening more car noises don't die on me now you piece of shit god eyes damn it i can't believe it i'm in the middle of nowhere what i'm going to do now oh okay okay the graphic car is that my house is the other way oh 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 Missing Johanna Sato, age 26 Green Shirt, Jeans, ok Immer dieser Chinese Also ich meine diese Asiaten, man Jenny Ending 1 Ja, ok Ok Ein Ending haben wir schonmal Ok Das muss man immer ausprobieren Wie viele Endings gibt es überhaupt? Wow Oh, ich will das ausmachen Das hört sich so stassern, Alter Darum will ich es nicht So Oh nein So 5 Sekunden So Einfach nur 5 Sekunden kann sie sprinten Oha Alles gut, wir sind gleich wieder da So, zeig mal, was steht hier Ah, wir sind um Oh wow, ok Wir sind das Tiermann Jenner, ich komme zurück, wir missen Sie Oh Ey, verpiss dich Ja, guck, geh weg, Alter Bruder, ich weiß nicht was passiert Was soll ich machen Oh, Dark One In my deepest fears I feel your pull as I walk to every road Haunted by the strange disappearance and unsettling whispers The path seems to draw me further into its ominous grip Filling me with a sense of dread I offer myself to you for I am from your faith Tried through you by faith and loyalty Protect me, my lord As I journey on this curse road Shielding me from the evil forces that lurk in the shadows For the truth who have vanished without a trace I beg for your mercy I guide, turn back to save the fort I am My king, lost in the darkness, show him the way home Ich merke auch gerade, äh, jedes Auto sieht aus wie meins Also ich glaube, der Steller war ein bisschen faul Ich glaube, ich habe Angst, dass da irgendwas rauskommt oder so Ich bin nicht geist, soll ich enter? Ja, natürlich Oh, okay Ich war erst wegen Bock bei Bushes Aber du kannst einfach rüber gehen Mir gefällt es nicht, dass ich jetzt Ja, hier auch nicht Machete A key is needed Das ist doch einfach Was soll ich das eigentlich hier? Nein 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 Ich hoffe, das geht nicht gegen die, ähm, rechtlinie in FindYtube. Oh, ich zendiere das einfach. Ist ja gar nicht mehr so echt. She's dead. Who could have done this? Ja, okay. ID. Jennifer. Ah, geil, Mann. Ja, Mann, ID, Mann. Ich brauch die nicht. So. Benutzen wir jetzt den Schlüssel und... Ich kann einfach nicht sprinten. So. Yes. Dammit, the machine... Ah, he's broke. Oh. What a horrible thing. Und was ist das denn? Was geht hier ab, Mann? Kann ich hier rein? I wanna die. Ah. Was? Human dead. Das ist sickening. Someone put a head on a stick. Why? Ha. Body bag. Oh my god. Another body. This one is wrapped in plastic bags. Wow. Das kriegen die Richtlinien? Ich weiß es nicht. Fat dog by Luke. Dump on. Wow. I'm really Emily. Oha. Ending 5. Oha. How many endings do you have? Oh wow. There are many. Oha. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch was hatte oder ob ich da irgendwas wie reingehen konnte. Ich guck jetzt... Ich guck, ob ich da irgendwie reingehen kann. Kann ich mal nicht einsteigen? Ne, kann ich nicht. Okay. Okay, wir sind wieder hier. Ich guck's, ob ich da irgendwo rausfahre? Ich guck's, ob ich da noch was war. Ich guck's, ob ich da noch was war. Kann ich irgendwas... Kann ich vorne? Warte mal Okay Hm, ja okay, game over Ich geh mal zurück Also Ich bin jetzt Ja, das ist die Bus halt der Stelle Boah, alter Finally, now I just have to wait for the Bus Okay Okay Jetzt hab ich schluck auf Okay Oh, das ist immer noch nicht vorbei, okay Oh, das ist immer noch nicht vorbei, okay I always mistake my house with the others, I am the only one who has a dog in the neighborhood Wow Walter There is my house, but... Can I just go further? World closed Hmm Then I really want to go home My dog is not here The door, it's open Someone invaded NO! Another girl disappears So, 1, 4 and 5 have we But what is 2 and 3? Maybe my... Hmm I'll go on this side and look at what it's on this side Wait, I don't have... Wait... There is... My house is the one... Oh! I thought there is so an unthinkable wall Okay, let's see what happens Also, so lange wie ich hier so rumgehe Ähm... Ihr könnt ja auch das Video liken Und mich abonnieren, das würde mich sehr helfen Und das würde mich auch glücklich machen Weil ich will die 500 Abonnenten Und ja, danke wenn ihr es macht So... 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 Bäh... Schiss... Wie lange dauert das jetzt noch? Also schön, dass die Autos rumfahren Wie lange dauert das? Was? Also schön, dass die Autos rumfahren So, ich wäre da später ein bisschen... Jaja... Einsam Wie lange sollte ich hier... Jaja... 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 was 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 war das ich gehe mal wieder zum bus zum bus stop weil es gibt es hier gar nichts mehr ich gehe jetzt es gibt nichts anderes zu tun ich will so gerne wissen was passiert wenn ich mich so titte darf ich aber nicht ich konnte es zurück ich konnte es zurück wow das hat mich jetzt erschreckt oha ok das hat mich jetzt wirklich erschreckt man das hat man auch gesehen so oha ok das hat mich jetzt oha ja ok weißt du manchmal ich erschrecke mich einfach gar nicht aber manchmal ich will es nicht wenn ihr das hört das ist gruselig das gehts das gehts hm es so Was? 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 Oh, ich bin ein paar Fingern. Ich bin ein paar Fingern. Oh, ha! Scared to kill away Oha, okay Wir haben jetzt auch hier, glaube ich, alles Oha, okay Das war To Cornfield Road Ähm, das ist ja richtig cool Alter, wirklich das Alter, okay Aber wir sehen uns in der nächsten Folge von Indie Haul Games Oder FNAF oder weiß ich doch nicht Ja Bis bald